So, heute gebe ich meinen Senf ab über mich selbst und über meine Träume. Bisschen ungewöhnliche Ausgabe hier von Hartl Senf. Ich möchte dich fragen, welche Geschichte würdest du über dich selber erzählen? Zum Beispiel, wenn dich jemanden im Aufzug fragen würdest, Tei, wie hast du bislang so gelebt? Oder wenn du jemanden besser kennenlernst und ein bisschen zum Erzählen anfängst, das sind dann so Geschichten wie, ich war in der Schule immer ein schüchternes Kind, aber dann bin ich aus mir rausgekommen, habe ein neues Hobby entdeckt oder wie auch immer. Oder so eine Geschichte wie, mein Auslandsjahr in Spanien hat mich total verändert und seither so. Du würdest andere Sachen über dich nicht erzählen. Du würdest vielleicht nicht sagen, wann du mal eine Warze am Finger hattest oder wie oft du im Jahr 2017 geduscht hast. Also eine Geschichte prägt die Art und Weise, wie wir uns selber verstehen, wie wir auch die Welt verstehen. Und ich möchte mit euch kurz nachdenken über dieses Thema, welche Geschichte erzählen wir gerade über die Gegenwart? Und ausgehend davon erzähle ich euch eine Geschichte von mir selbst. Wenn ihr Follower dieses Kanales seid oder schon mal was von mir gesehen habt, wisst ihr vielleicht schon, in meinem Herzen schlagen so irgendwie zwei Pole oder in meiner Brust schlagen zwei Herzen, könnte man auch sagen. Zum einen bin ich auf meinen Videos und Büchern ja ganz bekannt für die Glaubensthemen, wo ich versuche, den Glauben auf eine Art und Weise zu vermitteln, wo Kopf mitkommen kann und was lebenspraktisch ist. Und was man relativ einfach verstehen kann. Das ist mir total wichtig. Das Zweite ist, der Kanal heißt ja auch Philosophie des wahren Lebens. Ich bin kein akademischer Philosoph, sondern ich habe eigentlich seit meinem Studium immer wieder versucht, Wortschatz zu finden, Sprache zu finden, auf eine ganz einfache Art und Weise ein paar menschliche Grunderkenntnisse irgendwie praxisnah zu formulieren. Und wenn man so will, ist es Philosophie. Keine Ahnung, so Fragen, was ist Wahrheit und wie treffe ich eine gute Entscheidung? Und ethisches Handeln und was gibt es überhaupt, woran erkenne ich, was die Realität ist oder wie auch immer? Also philosophische Fragen. Und gleichzeitig haben mich die letzten Jahre mehr und mehr die Fragen umgetrieben, wie wird beides, auch dieses spezifische Welt- und Menschenbild, von dem ich geprägt bin, und auch das, was ich glaube, was wir philosophisch oder auf einer denkerischen Ebene sozusagen brauchen, als Menschen, um ins wahre Leben zu kommen, wie prägt das beides oder wie könnte das beides die Zukunft und die Gesellschaft prägen? Und ich möchte euch erzählen von einer Vision oder einem Traum, den ich bekommen habe, der die letzten Jahre immer stärker wurde. Und nochmal zurück zu dieser Frage, welche Geschichte erzählst du über dich, erzähle ich über mich? Ich glaube, in der heutigen Zeit ist die bekannteste Geschichte, die wir erzählen, eigentlich eine dystopische. So, die letzten 200 Jahre hatten wir die große Meta-Geschichte der Aufklärung und der technischen Fortschritte. Ist auch verständlich, wir kommen auch aus 200 Jahren des unglaublich großen Fortschrittes in den Wissenschaften und auch in vielen Kerntechnologien, die einfach unser Leben sehr, sehr viel erfolgreicher gemacht haben. Und es liegt etwas in der Luft seit ein paar Jahrzehnten, dass diese Zeit vorbei ist. Einerseits denkerisch, die ganze Bewegung der Postmoderne, die sagt, sowas wie Aufklärung, wir können immer mehr, weiß ich nicht, die Welt erklären. Das ist an sich schon verdächtig, weil in echt stecken da Herrschaftsdiskurse darunter und Machtdiskurse. Aber auch zum Beispiel in der ökologischen Bewegung, die sagt, naja, Kapitalismus und Fortschritt, schön und gut, wir haben halt auch den Planeten ruiniert. Und ich habe aber das Gefühl, beide Bewegungen oder beide Gedankengänge führen dazu, dass wir heute einen sehr, sehr negativen Blick auf die Zukunft besonders haben. Also besonders ist das zweite Thema jetzt mit der Ökologie. Ich glaube, wir haben sehr stark, man kann es auch durch alle Filme, die so veröffentlicht werden, die von der Zukunft handeln, haben wir ein Bild, bis jetzt war es relativ okay, aber jetzt in Zukunft wird es richtig schlecht. Und mir geht es da jetzt nicht um Ökologie, ist überhaupt nicht meine Aussage, ich will auch nichts davon kleinreden. Meine Frage ist, welche Aspekte von menschlichem Leben und von menschlicher Wahrheit kommen aber in dieser Geschichte noch nicht vor, in dieser Story noch nicht vor. Manche denken das ja auch noch weiter, dass wir auf eine Zeit zugehen, wo mehr und mehr Maschinen uns Menschen irgendwie überholen werden. Ja, wir haben ja schon künstliche Intelligenzen, sogenannte künstliche Intelligenzen, die, weiß ich nicht, Gedichte schreiben und die Seminararbeiten erledigen können. Und keine Ahnung, vielleicht werden die eines Tages uns auch pflegen, wenn wir alt sind. Und das ist irgendwie so, das ist irgendwie so die eine große Geschichte jetzt, wie zum Beispiel ein Yuval Noah Harari auch erzählt. Und andere erzählen die Geschichte, dass wir eigentlich in wahnsinnig schrecklichen Zeiten leben und in lauter Unterdrückungssystemen und dass wir nur herausfinden müssen, wer am meisten unterdrückt wird, dass wir am Schluss irgendwie Gerechtigkeit hervorbringen. Ich glaube, dass in all diesen Storys eine Teilwahrheit ist, ohne Zweifel. Aber ich glaube, dass, wie ich vorher gesagt habe, dass wesentliche Menschheitsaspekte nicht drin vorkommen und dass wir anfängern müssten, eine bessere Story zu erzählen. Ich würde gerne eine bessere Story erzählen, eine bessere Geschichte, über das, wie die Zukunft aussehen könnte. Und ich habe einfach für mich selber, manche haben das hier schon mal vielleicht verfolgt, ich habe einfach ein paar gesellschaftlichen Trends versucht, mal auszuformulieren, wie wäre denn eine positive Geschichte. Wir haben eine unglaubliche Epidemie der Einsamkeit. Einsamkeit ist ein lautloser Killer. Das ist ja ein Thema, das man als junger Mensch auch oft schon hat. Es gibt immer mehr junge Menschen, die sagen, tief drin fühle ich mich einsam. Aber erst recht, die Einsamkeit im Alter ist ein riesengroßes Problem. Es gibt auch ganz viele Menschen, die einen Partnerwunsch haben und keinen Partner finden. Oder Partner haben, aber keine Kinder haben, obwohl sie es gerne hätten. Wir haben auch insgesamt viel zu wenige Kinder. Es ist auch so eine Krise, über die ganz wenige Menschen sprechen. Und ich glaube, es bräuchte, da muss man jetzt gar nicht riesig philosophieren, aber es bräuchte ein neues Hinschauen, eine neue Bewegung zu sagen, menschliche Beziehungen sind elementar wichtig. Wir brauchen überhaupt für alles in unserem Leben menschliche Beziehungen. Und menschliche Beziehungen machen unser Leben reich. Und Familie ist was Wunderbares. Und Kinder kriegen ist was Wunderbares. Das ist keine Last. Das ist eine der schönsten Dinge, die wir überhaupt tun können. Und ich finde, wir bräuchten eine Bewegung, die Verbundenheit, nenne ich das, dieses tiefe Miteinander zwischen Menschen neu in den Fokus rückt. Und so ein zweites Ding, wo ich sage, wir müssen eine bessere Geschichte erzählen. Ich höre das immer öfter, so ein Thema, du sprichst ja, aber das ist doch wahr. Und dann sagt einer, ja, das ist vielleicht deine Wahrheit. Von wessen Wahrheit sprichst du denn? Das ist doch vielleicht nur die Wahrheit hier von deiner Gruppe oder von deinem Geschlecht oder von deiner, was auch immer, von deiner Klasse. Und ich glaube sehr wohl, dass man Wahrheitsansprüche hinterfragen kann. Du kannst schon sagen, hey, wo bist du vielleicht einfach nur geprägt von deiner Brille, von deiner Perspektive, völlig legitim. Aber wenn wir nicht um so etwas wie tatsächliche Wahrheit ringen, dann macht Gespräch eigentlich keinen Sinn mehr. Dann ist Gespräch nur noch ein Gegeneinander von einzelnen Gruppen. Und das heißt nicht, dass einer von uns die objektive Wahrheit erkennt. Das ist ein ziemlich herrer Anspruch. Aber sinnvoll reden, tatsächlich auch sinnorientiert leben, können wir nur, wenn wir von so etwas ausgehen, wie dass es tatsächlich gut und böse, tatsächlich wahr und falsch geht, dass nicht alles gleich ist. Und ich glaube, wir müssten eine Bewegung des Sinns starten. Die Sinnfrage gehört in den Mittelpunkt unseres Lebens, in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Und im gesellschaftlichen Diskurs muss uns die Frage umtreiben, wie können wir gut streiten, wie können wir in den Diskurs über die Wahrheit gehen, nicht einfach Wahrheiten, die wir nicht hören wollen, oder Positionen, die wir nicht hören wollen, wegschieben und verblenden. Das bringt langfristig überhaupt kein menschliches Miteinander hervor. Und ich glaube, da bräuchte man eine freudige Gegenbewegung. Ein nächstes Thema. Wir leben in unglaublich beschleunigten Zeiten und ehrlich gesagt, ich genieße das. Meistens genieße ich das, dass wir heute halt wahnsinnig schnell von A nach B in den Zug steigen können, hinfahren können oder einmal um die Welt zoomen können mit jemandem, der gar nicht da ist, eine Textnachricht an jemanden schicken und sofort eine Antwort bekommen innerhalb von Sekunden. All das hat unser Leben in vielerlei Hinsicht einfach erfolgreicher und auch leichter und vielleicht sogar an manchen Stellen glücklicher gemacht. Aber es gibt andere Themen, die wir leichter aus dem Blick verlieren. Und die Beschleunigung geht unter anderem, finde ich, auf Kosten unseres geistlichen Lebens, unserer Spiritualität, egal wie du das für dich definierst. Für mich ist es ein christlicher Glaube. Und das erfordert, Glauben, Spiritualität erfordert ein Verwurzeltsein tatsächlich in mir selbst, im Hier und Jetzt, um Kontakt zu haben zu Gott, glaube ich. Und ich denke sowieso, dass wir viel zu wenig über dieses Thema Spiritualität leben, reden. Spiritualität gelebter Glaube ist ein riesen Resilienzfaktor. Das heißt, es ist statistisch erwiesen, dass Menschen, die einen gelebten spirituellen Anker, einen gelebten Glaubensanker haben, besser durch Krisen kommen. Und ich meine, gelebten Glaubensanker nicht im Kopf, irgendwie Theologie oder sowas, sondern tatsächlich verleiblicht, also tatsächlich gelebt. Und ich glaube, auch hier, das ist kein Freak-Thema, das ist nicht was für irgendwelche eigenartigen Menschen am Rande der Stadt. Es gehört in die Mitte des Diskurses, in die Mitte der Gesellschaft und wir brauchen da eine Gegenbewegung. Und so der Letzte, ihr wisst es ja, ich spreche von Verbundenheit, Sinn und Schönheit, der Letzte von diesen Schlagworten ist Schönheit. Das Gegenteil von Schönheit ist eine Welt, in der alles käuflich und alles zur Ware wird. Weil das Schöne ist etwas, was um seiner Selbstwillen erstrebt wird, auch wenn es nichts bringt. Den Sonnenuntergang zu bestaunen, da kriegst du kein Geld dafür. Du kannst ihn auch nicht erkaufen. Es ist ein Geschenk. Und anzuerkennen, dass etwas Schönes bedeutet, es ist nicht nur Mittel zum Zweck. Es ist ein bisschen philosophisch ausgedrückt, aber ich glaube, dass dieser Blick auf das Schöne uns zunehmend verloren geht, weil wir einfach in so selbstverbessernden, selbstoptimierbaren Zeiten oder Zeiten der Selbstoptimierung leben. Das bedeutet, du kannst alles verbessern. Wenn dein Körper nicht passt, dann musst du ihn verändern. Wenn ein Foto nicht schön genug ist, dann musst du es aufhübschen. Und im Namen dieses Pseudo-Schönheitsideals verlernen wir die Wertschätzung, den Genuss von dem, was wirklich da ist. Und es ist was ganz, 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 ganz Schlimmes, wenn wir diesen Blick dann auch auf Menschen haben, dass Menschen perfekt sein müssen und wenn die nicht reinpassen, weil sie nicht gewollt sind oder weil sie straffällig geworden sind oder weil ihr Körper nicht ins Raster passt oder sowas, wir da keine Schönheit mehr sehen können, dann verlieren wir Menschlichkeit. Und das zieht sich aber durch. Ich glaube, Schönheit muss und sollte unser Leben prägen. Das heißt nicht, dass überästhetisiert alles ist. Es geht in erster Linie um das Thema Wertschätzung. Aber ich glaube auch, das Thema Schönheit, auch Schönes zu produzieren, zu feiern, zu genießen, hat es verdient, neu in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Und deswegen würde ich gerne, ja, jetzt die Frage, was willst du gerne machen? Also ich habe jetzt nicht den Plan, die Welt zu retten, sondern ich würde gerne eine Bewegung lostreten oder ein Gespräch lostreten mit Menschen, die eine gleiche Intuition in diesen drei Bereichen haben, die ich Sinnverbundenheit und Schönheit nenne. Ist dir aufgefallen, dass es auf diesem Kanal keine Werbeunterbrechungen gibt? Das ist tatsächlich die einzige, denn dieser Kanal trägt sich zu 100% durch Spenden. Wenn du herausfinden willst, wie du unsere Arbeit unterstützen kannst, unten in der Videobeschreibung. Außerdem kannst du auch Kanalmitglied werden, dann hast du Zugang zu über 60 Stunden zusätzlichem Material und unterstützt uns dadurch auch. Hier findest du Infos dazu. Jetzt viel Freude, weiter mit diesem Video. Jetzt kannst du vielleicht fragen, wenn du ein gläubiger Mensch bist, was hat das jetzt irgendwie mit Gott oder mit Jesus zu tun und mit den Inhalten, die ich sonst hier auf diesem Kanal teile? Ich glaube total viel. Also ich glaube, erst mal diese drei Themen, da muss man nicht gläubig dafür sein, um das zu verstehen. Und deswegen möchte ich eigentlich gerne eine Bewegung und einen Diskurs anfangen mit Menschen, egal was sie glauben, die sich aber hinsichtlich dieser drei Werte oder hinsichtlich dieser drei Intuitionen eins sind. Ich persönlich glaube, also für mich persönlich, ist die Quelle von diesem Lebensstil und von diesem Menschenbild, das ich ja auch als Eden-Culture bezeichne, also nicht umsonst, dass dieses Wort Bild von Eden entlehnt. Ich glaube, dass diese Quelle im Letzten von Gott kommt und dass tatsächlich Jesus der Schlüssel ist. Das ist das, was ich glaube. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, in Kontakt zu sein mit Menschen, die gleiche Grundannahmen über unsere Gesellschaft und über die Zukunft teilen, auch wenn sie den Glaubensteil vielleicht nicht oder noch nicht so sehen. Also diese Haltung mag ich sehr, sehr gerne. Es gab zum Beispiel im Tempel bei den Juden früher einen Vorhof, der war nicht nur für die Juden, da durfte jeder hin, der Vorhof der Völker, der Vorhof der Heiden. Und ich träume auch davon, so einen Diskurs zu eröffnen eben, wo Menschen sich erst mal neu, wo wir uns erst mal neu verständigen auf eine Zukunft mit menschlichem Gesicht, auch wenn wir vielleicht an manchen Stellen unterschiedlicher Meinung sind, ob wir dafür notwendigerweise jetzt den Gottesbezug zum Beispiel brauchen, was ich persönlich sehr wohl denke. Das heißt deswegen, das, was ich hier mit Freunden zusammen versuche loszutreten, während des Eden-Culture-Bewegungen richtet sich an Menschen unabhängig ihres Glaubens. Also die Veranstaltungen, die, von der ich euch gleich erzählen werde, ist nicht eine religiöse Veranstaltung, sondern ist eine säkulare, im Sinne von, dass einfach jeder, ohne irgendwas machen zu müssen, was er nicht will, einfach eingeladen ist. Und trotzdem ist es, glaube ich, es gibt dann geistliche Angebote, für die das wollen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, sehr spürbar von Menschen, wie bei mir selber, woher das kommt. Wo meine Quelle ist, das ist kein großes Geheimnis, das ist nicht schwer zu finden, aber ich mag sehr, sehr gerne diese Haltung, Menschen eigentlich nichts überzustülpen. Also ich wäre gerne ein Mensch, der niemandem was überstülpt, sondern wenn dann halt berichtet, wovon ich überzeugt bin. Aber ja, Punkt. Ich glaube, nur, dass es zwei Grundversuchungen von gläubigen Menschen gibt, von Christen gibt. Und die eine Grundversuchung ist, sich zurückzuziehen und praktisch von der Seitenlinie der Kultur so Buhrrufe entgegen zu schmettern und zu kritisieren und zu sagen, wogegen sie sind. Das ist ein bisschen auch die Gefahr so der Konservativen, die werden dann bitter und die ärgern sich. Und ich kann das einerseits verstehen, weil ich glaube, es gibt vieles in unserer Zeit, in unserer Kultur, was man kritisieren darf und sogar sollte. Die Gefahr ist aber, dass man dann oft nicht lösungsorientiert denkt oder sogar in so einen schwarz-weiß-Dualismus verfällt, zu sagen, da draußen sind alle böse und wir sind alle gut. Und das ist in der Regel sehr heuchlerisch und meistens auch unterkomplex, also vereinfachend. Manche verbinden das dann auch mit so etwas ganz Negativen. Die Welt geht eh unter und vielleicht ist es eh gut und so. Auf eine erstaunliche Weise ist das parallel zu diesem pseudo-apokalyptischen, negativen Zukunftsszenarien so der ganzen Netflix-Filme oder der Kinofilme, dass irgendwie die Welt den Bach runtergeht. Und ich glaube, selbst wenn das stimmen würde, selbst wenn alle negativen Trends wahr sind oder selbst wenn du glaubst, dass wir ohnehin in der Endzeit leben und alles auf eine Katastrophe zuläuft, selbst dann sollten wir Menschen sein, die was Neues generieren, die was Positives generieren, die eine alternative Story vorschlagen. Ich bin nicht naive Optimist, ich bin nicht der Meinung, sondern dass alles gut wird. Ich bin der Meinung, dass wir gestalten sollen und dass nur Menschen, die Hoffnung haben, etwas gestalten können. Und was die Öko-Bewegung so richtig gemacht und so verstanden hat, ist, sie haben ein klares Bild gezeigt. Hey, keiner will, dass der Regenwald kaputt geht oder weiß ich nicht, keiner, irgendjemand will das bestimmt, aber ich will es nicht. Ich will nicht, dass die Pandabären auch sterben zum Beispiel. Und ich will nicht, dass unser Planet vor die Hunde geht. Und sie haben eine Story erzählt, hey, mach das und das und das und das, dann können wir den Planeten retten, ob die Story genau stimmt und die Schritte stimmen, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich das Bild. Und was mir einfach auffällt, ist, dass wir auf gleiche Weise noch nicht über das Herz des Menschen gesprochen haben, weil auch das Herz des Menschen ist eine bedrohte Art. Ohne Sinn, Verbundenheit und Schönheit sterben wir auch aus, aber auf eine andere Art und Weise. Der Mensch lebt nicht nur vom physischen Überleben alleine. Es gibt Menschen, die haben alles, leben in paradiesischen Umgebungen, haben genug zum Essen, haben jeden Tag, weiß ich nicht, Sex oder was sie halt wollen und Freunde. Und ihr Innern ist aber zerfressen von einer tiefen Sinnlosigkeit. Das ist auch ein großes Problem. Die Einsamkeit ist ein absolut riesengroßes Problem, das immer weniger verbunden sein. Es ist ein großes Problem, dass wir alles verzwecken und zur Ware machen und uns der Sinn für das Schöne und für die Wertschätzung, dieser ausgeruhte, gesättigte Blick im Schönen abhanden kommt. All das sind Probleme und die haben es verdient, eine Gegenerzählung zu finden, in der sie vorkommen und in der das gezeichnet wird als ein positives Zukunftsbild. Und das ist eigentlich mein Wunsch. Das heißt also, die erste Versuchung, wie ich sehe, ist so der Rückzug der Christen. Und dann gibt es die Zweiten, das sind so, die sagen, okay, die Welt, die ist sowieso so übergriffig und so säkular, dann verstecken wir uns und wir müssen praktisch alles verwässern, so auf das Niveau runter, dass keiner Anstoß nimmt. Und das, glaube ich, ist überhaupt nicht nötig. Ich glaube, dass es ein unglaubliches Potenzial, ein unglaublichen Schatz gibt im Glauben, in dem, was in der Bibel steht, was Jesus lehrt, was befruchtend und belebend in die Gesellschaft hineinwirken kann. Und das muss ich nicht verwässern, das muss ich nicht irgendwie kleinreden, aber eben auch nicht in einem übergriffigen Ding. Und es ist, also was ich versuche mit Eden Kalsch, das erzähle ich wirklich sehr von mir persönlich. Das ist nicht eine verkappte Mission. Es ist nicht irgendwie, ja, am Schluss müssen dann alle, am Schluss muss überhaupt gar nicht, gar nicht muss irgendwas. Ich würde gerne eine Bewegung lostreten, die sagt, warte mal, es muss was Besseres geben als diese Negativität. Und wenn du gerne daran interessiert bist, dann komm dazu und bring deins ein und bring deine Ideen ein. Und wenn du rausfinden wirst, was ich glaube, sehr gerne erzähle ich davon, es ist nicht schwer rauszufinden, aber es ist nicht der Versuch, dich irgendwie umzudrehen, sondern es ist der Versuch, gemeinsam an was Anderem, an was Neuem zu bauen. So, ich erzähle dieses Video oder ich mache diesen Podcast, dieses Video auch, weil Leute immer wieder fragen, Johannes, was ist das jetzt? Irgendwie du hast Gebetshaus gegründet und die Sachen und machst du das Eden Kalsch, was soll das? Um euch ein bisschen mein Herz davon zu erzählen, das ist einfach, ich habe diese zwei, die zwei Herze in meiner Brust, tatsächlich das ganze Glaubensthema, das mir elementar wichtig ist, und aber wirklich auch diese Frage, die Frage, wie können wir heute leben? Wie kann unsere Gesellschaft, wie kann die überleben? Ich habe vier Kinder und ich treibe diese Frage total um, welche Zukunft wollen wir bauen? Welche Zukunft können wir uns vorstellen? Und was wir im Juni machen, 1. bis 4. Juni, ist die erste große Konferenz von Eden Kaltche, die heißt Edenfest, die wird in Augsburg stattfinden, und ich bin total begeistert, weil ich habe, keine Ahnung, Psychologen eingeladen, Künstlerinnen und, weiß ich nicht, Aktivisten und Leute aus den unterschiedlichsten Backgrounds zu sagen, gib uns in einem kurzen Talk oder einem künstlerischen Beitrag deine Perspektive. Sei es eine Professorin, Sarah Spiekermann, von der Uni Wien, die über digitale Ethik forscht, die einfach sagt, wie wir mit Daten umgehen, wie wir allgemein mit Computern umgehen, ist ethisch total wichtig, wir müssen darüber nachdenken. Oder der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Navid Kermani, der wirklich eine Stimme von Versöhnung und von Verbundenheit in unserer Gesellschaft ist, ein Samuel Koch, der einfach als Mensch mit schwerer Behinderung ein Zeuge ist für Hoffnung und für Leben. Wir haben verrückte Leute, die durch Kunst und soziale Aktivitäten in der Ukraine und in Krisengebieten einen Unterschied machen. Wir haben Leute, die aus der ökologischen Bewegung kommen. Wir haben Leute, die eher aus der psychologischen Bewegung kommen. Wir werden die wunderbare Friedegard-Wakantin haben, die über Freundschaft und Verrat sprechen wird. Ich selber werde auch Vorträge halten. Oliver Durr wird sprechen über Transhumanismus und die ganzen Herausforderungen um das Menschenbild darum und viele, viele mehr. Aber das ist nicht verkopft, sondern es wird unfassbar viel Musik und Kunst geben und Möglichkeiten in Seminaren und Workshops all das zu vertiefen. Wir haben, ich glaube, 30 Hauptspeaker und auch knapp 30 Workshops. Und die Workshops gehen unglaublich von wie bewältige ich meinen Stress, also Stressbewältigung, wie gehe ich mit Traumata um, über wie finde ich mein Why, also wie finde ich das, was ich wirklich will. Dann bis hin zu so total lustigen Sachen wie, wie kann ich Blumen schön arrangieren oder kreativ mich betätigen. Dann aber auch die ganzen globalen Krisen international, was passiert in der Weltwirtschaft gerade. Oder was ist gerade an der ökologischen Front mit der Wasserkrise am Start und wie könnten hier Lösungen aussehen. Oder wie auch praxisnahe Skills, als wie kann ich mit Videos, eine ZDF-Moderatorin, Andrea Walschuh, wird einen Workshop machen, wie kann ich mit Videos kommunizieren, wie kann ich lernen, vor Kamera gut zu kommunizieren. Es wird musikalische Workshops geben, es wird kulinarische geben, zum Beispiel Champagner verkosten oder Zigarren, einfach um zu genießen und das Schöne zu feiern und vieles, vieles, vieles mehr. Über Philosophie wird es was geben, über Poetry Slam, ja, alles mögliche. Das ist Edenfest und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau, was daraus wird. Ich weiß leider nicht, also ich habe nicht den Anspruch, die Antwort zu haben. Ich folge da oft meinem Bauch und vielleicht ist das sogar geführt von oben, ich hoffe, aber ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwo mal anfangen müssen, dass wir Leute zusammenholen müssen, die egal in welchem Berufsfeld sie sind, die Lust drauf haben, die Welt zu verändern und sich nicht nur zu beschweren. Und deswegen machen wir diese Veranstaltung. Ich kann nicht versprechen, ob es die nochmal gibt, ob es die nächstes Jahr gibt, deswegen, ich würde sagen, die solltest du diesmal nicht verpassen, 1. bis 4. Juni, wenn du nicht die ganze Zeit kommen wirst, wir werden auch Tagestickets noch auflegen dafür, aber das Ding ist so randvoll gepackt mit ausgezeichneten Beiträgen, dass du eigentlich gar keinen Tag verpassen möchtest. Ich würde gerne sagen, wenn du die Welt verändern willst, nicht nur beklagen willst, wenn du dich vernetzen willst mit anderen, wenn du zugerüstet werden willst, einen Unterschied zu machen, wenn du sprachfähig werden willst, um Kultur und Gesellschaft zu prägen, vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann ist das deine Konferenz. Idenfest ist nichts für dich, wenn du einfach nur dich brieseln lassen möchtest oder mit dir selber zu Hause bleiben möchtest, aber sonst die Welt vor die Hunde gehen lässt, sozusagen. Es ist tatsächlich was, wenn du Lust hast, zu prägen, zu verändern, wenn du sagst, ich bin begierig, alternative Konzepte zu erleben von Leuten, die nicht nur Blabla machen, sondern in der Welt wirklich was verändern, dann ist Idenfest was für dich. Das wird nicht gelivestreamt, es ist nur live vor Ort, weil es ganz stark davon lebt, dass man sich begegnet. Es ist 1. bis 4. Juni, www.iden-fest.de. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns da sehen und erstmal unabhängig von der Werbung für diese Veranstaltung, die mein Herzensanliegen ist, mich würde interessieren, schreib das bitte auch gerne unten in die Kommentare, wie du über die Zukunft denkst und was du glaubst, was die bessere Story ist, die wir erzählen können und wenn du eher ein Pessimist bist oder eher so ein Kritiker von dem da draußen, dann lade ich dich ein, bleib nicht stehen in dieser skeptischen und eher negativen Haltung, sondern ich frage dich, was ist die bessere Story, die du erzählst? Und wenn du ein gläubiger Mensch bist, umso mehr. Ich persönlich glaube ja, dass Sinn, Verbundenheit und Schönheit und Eden Culture nur ein modernes Wort ist für Reich Gottes. Also das, wovon Jesus gesprochen hat, war ja nicht ein Konzept, weiß ich nicht, von zehn ethischen Punkten oder drei Glaubenssätzen, sondern es war eine Realität, in der er selber gegenwärtig ist und er nennt sie Reich Gottes. Und ich glaube, in der heutigen Zeit brauchen wir wie einen säkularen Ausdruck davon, dass Leute spüren können, okay, so könnte doch menschliches Leben aussehen. Und meine kleinen Anmerkungen dazu sind, ja genau, wenn Menschen Verbundenheit spüren, miteinander nach oben und mit sich selbst, wenn Menschen ihr Leben als sinnhaft erleben und wir wahrheitsorientiert reden als Gemeinschaft, wir brauchen nämlich einander, aber orientiert an einem sinnvollen Konzept von Wahrheit und wenn wir Schönheit erleben und Schönheit lernen, neu Wert zu schätzen, auch in den unscheinbaren Dingen, ich glaube, dann wird das Leben reicher und dann wird sogar was spürbar von dem, was Reich Gottes ist. Ich persönlich glaube absolut, dass die Quelle von dem im letzten Jesus ist, aber Leute sind ja an unterschiedlichen Stellen auch in ihrer Biografie, vielleicht sagen sie, ja weiß ich nicht, mit dem Religionsthema, also auch hier, wenn du auf dem Kanal bist, mit dem Religionsthema, vielleicht nichts am Hut, aber ich nehme hier und da Gedanken mit, die hilfreich sind. Ist doch wunderbar. Also nicht der Anspruch, dass du irgendwo unterschreibst am Schluss, sondern dass du das mitnimmst, was für dich passt und in dieser Haltung der Einladung würde ich gerne auch in Zukunft weiter hier Videos hochladen oder Veranstaltungen machen wie dieses Edenfest, die da ein Beitrag sein können. So, das ist mein Senf, Hartl-Senf über Hartl, wo ist er? Hier, genau, gibt es übrigens nicht zu kaufen, das ist ein Unikat, wurde ich schon gefragt. Heute bin ich sogar farblich zum Senf gekleidet. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag, hoffentlich kommt der Frühling jetzt ein bisschen mehr die nächsten Wochen und ich freue mich, wenn wir uns hier auf diesem Kanal wiedersehen. Und wir sehen uns Vielen Dank.